Durchsage für Kloss, Geisel. Und mit Spieler, xLeer. So, im Flugzeug, da nehme ich wieder Kapkan, damit ich ein bisschen Booby Traps legen kann. Schön an die Außentüren, da treffen wir immer ein. Die muss ich halt erst mal finden. So, Außentreppe, Außentreppe, Außentür, Außentür. Gibt es eine Außentür? Ist das eine Außentür? Scheiße. Denkt an die Fenster, ne, falls die Gläser haben. Boah, Leute, wo kommt die Throne denn schon her, ey? Ja, fahr direkt rein. Also, die Außentür habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden. Hier, gerade durch. Doch, wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt Stockwerk drüber. Hier, bei mir, bei mir. Achso, gerade deine Eck. Achso, so waren auch die. Ja, aber die waren ja schon verbummst. Passt MG auch mal irgendwo hinten? Westen liegen neben der Geisel. Du musst warten, bis da der, äh, der Punkt ist. Da ist noch weißer Punkt dran, dann kannst du's platzieren. Ich, äh, maraude mal bis ganz nach vorne ins Cockpit. Nehmt euch Westen mit. Ah. Ah, hier war grad einer. Kann ich aus dem Cockpit gleich rausspitzen? Wie ist denn hier weg? Ich bin vorne im Cockpit. Wie ist denn hier weg? Ähm. Lass das vielleicht offen. Ich will mein Schüter jetzt stellen. Ich stehe hier doch gar nicht. Spann dich mal. Was ist denn das? Was soll ich machen? Bei mir kommen sie. Ja, schiebt nicht das Ding, oder was? Ne. Wo ist meine Granate? Nein! Was ist das? Falsches Ding! Aaaaah. Boah. Falsches Ding. Ich hab irgendwie in meinem Überraschungspaket zugeworfen. Ich wurde durch das Fenster erschossen. Oh, richtig gut. Linker, linker Flügel. Ist, äh, glassy. Ach, ist das Ding aber dann doch noch explodiert? Durch Cockpit. Zwo, Mann. Ja, wie gesagt, Cockpit. Kommen sie angetrabt. Okay, wenn der scheiß Sniper hier ist. Scheiße, ich hatte so Bock jetzt auf die Runde. Wollte nicht direkt sterben. Die Kampel über uns, glaub ich. Einen hab ich. Bei euch. Ich wär so rumgeschreie... Conny fälzt sich auf... Da kommt jetzt einer, Conny! Es ist Breezer. Achso, das kann ich nicht sehen. Ich kann in der Kamera nur seine Füße sehen. Okay. Ein linker Flügel. Oh, fuck, der hat er ja. Ja, hab grad den Sniper gesehen. Ich... 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 Kann der jetzt doch zum Fenster reinschießen, in der Wehe? Ja. Ey, er kann rein. Ich kann auch nicht raus. Äh? Das ist not compute. Das ist gut. Der Sniper draußen. Der letzte. Schön gespielt, Conny. Ach, nicht so, wir müssen nicht Dauerfeuer machen. Ist denn der linker Flügel oder was? Yep, wie erst noch. Hab da eben geguckt. Ich bin da krass klein. Ne? Wenn er jetzt nicht ganz oben extra hin droppt, äh, hinläuft und da droppt, dann hab ich ihn, wenn er hier hinten längst geht bei mir. Also rechte... Rechte Seite... Hab ich. In Flugrichtung. In rechten Gang. Oh, ne, ne? Den hab ich hier. Den hast du... Hier oben. Aus der Luke. Aus der Luke. Achso, okay. Re, leg du dich irgendwo hin, dass du den linken siehst. Da liegen jetzt auch meine Reste, glaub ich. Den mach ich. Auch wenn du er... Ne, der verkloppt hier grad irgendwo habt. Wenigstens hab ich sie bluten lassen. Bei dir? Ist das weh? Ja, hier bei mir wird grad Holz eingeschlagen. Okay. Dann kann ich auch rüberkommen. Ui, ui, ui. Jo, bei mir ist er. Direkt bei meiner Leiche. Direkt rauf. Nice. Cool. Gut, ähm, hm, 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 hm. Ich hab ja nur die Auswahl zwischen zwei Typen. Ich nehm den Hammermann. Der kann da wenigstens... So, der hat jetzt auch ne Granate. Soll ich mal versuchen, ob ich mit Twitch auch durchschießen kann? Mit der 417? Ich versuch's einfach mal. Ich schieß mit YouTube durch. Wir mal, Patcher. Oho. Der war so schlecht, der musste ich kurz nachdenken, was du meinst. Ja, klar. Ja, klar. Nie der Beineartig. Lass sie bitte auf der mittleren Ebene sein. Ne, die sind unten. Oh, ne, ich weiß nicht wo ich hier bin, aber sie sehen mich alle. Ja, ja, unten. Oh, scheiße. Ach, das ist unten. Was ist das? Das ist gestreift. Ach, das ist gestreift. Habe ich in Ruhe. Jetzt die beiden rüberspringen. Warte runter. Oh, jetzt sind wir alle hier. Objekt sichern. Äh, aufklären. Ha. Geschafft. Also so haltet ihr sie halt auch schön ab vom... Vom Sachen machen, ja. Faisen denn jetzt unten? Ach, hier. Der läuft dir jetzt hinterher, Ixler. Ich weiß jetzt aber auch nicht wo... Nein, zu spät zu geiseln sein können. Runter. Achso. Jetzt kommen wir jetzt zum Cockpit direkt. Mal kurz beim Piloten anfragen. Entschuldigung, wo geht's hier runter? Lass mich ruhig. So. Er hat's halt auch nicht so mitzielen. Wirklich so, äh, bringt einem halt nichts. Diese ganze Aufklärerei, wenn man nicht weiß, was sieht man da überhaupt. Aber ich hoffe, da komm ich auch noch rein. Achtung, aufpassen. Hier sind ja schon einige Streuner von denen gewesen, ne? Ja. Ja, ich war da eben auch. Ach Mist, ich hab dieses Gewehr mit dem blöden Kopfchen drauf. Da läuft einer. Da ist er, ja. Okay. Ihr könnt ja nicht durchschießen. Ich möcht's aber. Wo ist er? Wo ist er hinten? Seht ihr noch jemand? Da war der. Besser. Soll ich eine Granate reinschmeißen? Ich könnte. Wo ist der hintere Gang oder... Nach rechts. Ich hab ne Flashbank. Ich werf. Ja. Und los. Was? Ich hab' dich erholt. Ich hab' dich erholt. Da häm' ich hier mal vorn. Ah, hinter mir. Ja. Oben? Ja, den. Den nicht so genau. Keine Ahnung. Ich geh' weiter nach vorne. Schau' ob ich den von oben krieg. Ich hab' den oben. Fuck. Ah, der ist hinter mir hergelaufen. Ich bin auch zu gierig in diesem Spiel. Ich will immer... Es ist halt kein Battlefield. Ne? Outs. Fahr' mal mit meiner Schockdrohne. Ich hab' jetzt hier einen markiert. Oh. Okay. Manche, der hat auch echt schon hart Schaden bekommen. Das sei grad... Ne. Risa, hast du da was? Siehst du was? Nein. Grad noch nicht. Moin. Marpeating, Part. Einen Moment, gerade. Ich will da gar nichts erkennen. Ja. Okay, ja. Mach. Okay. Die kann man doch gleich runter, oder nicht, ne? Da war aber irgendjemand, der hat in meiner Taser-Drohne zerstört. Ja, ja, okay. Kann man denn nochmal runter? Hier. Ja, rechts ist noch ein Raum. Mach' mal EMP-Granade. Da oben noch einer. Hast' den? Warte, gib mir Deckung. Ich mach' den Statteldraht kaputt. Ja. Ach, der ist kaputt, der ist kaputt. Ja. Hast du das? Ne. Das waren die. Mach' mal hier Sprengladung rechts an den Raum. Rechts an den Raum. Ja. Hier an die Wand. Ja, ja. Habe ich mich erschrocken, ey. Alter. Alter. Warum hängt da ein Hirsch an den Raum? Ich mach' nochmal. Springladung, vorne. Ja, einer ist da auf jeden Fall. Ja, der ist jetzt bei der Geisel. Da, wo ich pinke. Der Geisel. Stürm, Stürm, Stürm. Rechts, okay. Na, natürlich. Bomb, bomb, bomb. Up for neutralized. Mission successful. Shit. Oh, nee. Was denn? Frenk' ich da auch noch. Sieht auch mal noch, wie ich sterbe. Naja, ich muss das vor Izen sagen. Erstmal durch 5 Meter Stacheldraht unter Strom gelaufen. Nur noch gezittert eben. Easy. So, jetzt bin ich aber nicht hier wieder... Ach so, das ist... Nimm mir jetzt mal Smoke. Ach, hätt' ich das eben gehabt. Das ist C4-Zeug. Das wäre auch noch nicht ausprobiert. Gut gegen Leute mit Schild. Ja, das hab' ich mir auch grad gedacht. Äh, genau. Ich probier' mal, ob ich das gleiche wie eben noch mal machen kann. Nur ohne zu sterben. So, wo war das? Ja, das hat mein Mikrofon aufgeklappt. Ist natürlich schlau. Oh, nimm's lieber jetzt bevor der Sniper da ist. Mit der Armour. Ja, diesmal vergessen. Das bin ich nicht. Da sind ja überall offene Fenster, ey. Der Eingänge ist dicht mit Strom. Ah! Ah! Geh mal hoch. Ich nicht. Kommt ne Drohne angefahren. Ich krieg's den nicht getroffen, weil's mit... Also Armour. Ah, ich trau mich die Armour nicht mehr zu nehmen. So. Ich mach, mach. Ich hab jetzt wirklich überhaupt keine meiner Sachen benutzt. Guck dir selber. Schöne Deckung einfach. Guck dir selber. Welche Taste ist jetzt... Welche Taste ist jetzt dieses C4-Zeug? Das wird mir unten gar nicht angezeigt. Da, wo du, ähm... Damit, wo du's geworfen hast, damit kannst du's auch in die Luft jagen. Ach, ist das diese... Ist das G? G, ja. Lass, machst du da die Luque? Ja. Ich hab nämlich unter dir... Da aber kommst, da aber kommst, da aber kommst. Ach, ich kann ja gar nicht durchschießen. Scheiße. Aber er kommt. Er ist links da. Am Flügel. Am linken Flügel? Also Richtung Norden. Wie letztes Mal. Auf diesen kleinen Turm da drauf. Ja. Ich hör vorne. Schild gerödelt. Also Sniper ist in Richtung Norden, oder was? Deine Richtung, Gryza, also? Sniper ist Richtung Norden, aufm Flügel, ja. Ne, ne, nicht meine Richtung. Andere Richtung. Richtung Fabian. War das Schild gerödelt. Ach so. Ach so. Okay. Ja, ja. Hier sind sie. Achtung. Einer geht oben durch den Raum. Kloss. Einer ist oben. Ich hab auch noch eingespottet. Köder ihn mal ein bisschen. Hier, piek, piek mal ein bisschen. Boah, die haben alle Camps zerstört, alle Hilfreichen. Ja, es glässt jetzt genau hier an der Mauer. Äh, am linken Flügel. Cody, pass auf. Ja, meine ich. Deswegen lieg ich ja auch schon unten. Ich kann nicht mehr pieken, dann holt er mich. Bitte? Mir kommt irgendwas, es ist so laut. Yo, hab ich. Auf den Flieger. Irgendwo bei mir. Was, was? Oh, durch die Wand. Fuck. Nice. Da war es in Gold. Ja, da ist aber noch einer. Ich bin über dir. Alles gut. Fear Health. Über uns. Über unserem Flugzeug. Er hat gerade eine Drohne reingeschmissen. Breezer, da müsstest du ihn kriegen. Irgendwo. Seine Blankrande ist auch nicht. Yo. Der ist aus dem Gefecht. Kannst du durchlaufen. Ich komm nicht hin, weil da der Dings sitzt. Glass. Wenn ich hochgehe, bin ich gut. Sauber. Ist im einen Schuss, das ist halt so bitter. Andere Richtung. Der klassische Schocktanksnaut. Hier, wo ich gepinkt habe. Da kommt was. Okay. Ja. Ist close. Ja. Angeschossen. Lebt noch. Ich kann nicht pieken, wie gesagt. Da, wo ich pingel jetzt. Genau da. Genau dazwischen uns. Hey. Gehen wir da mal hin? Von mir ist alles was weiß. Ich bin down. Oh, was ist der Sniper natürlich. Fuck. Wo ist der? Der ist drin, der ist drin. Der kommt rein. Bei der Geisel. Alles klar. Ja. Noch mal auf Nummer sicher gehen. Jetzt. Ja. Ich kann es gar nicht tun, leider. Spann. Uh. Ja. Habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber immerhin haben wir gewonnen. Reicht ja schon, wenn du die Leute da einfach nur ablenkst quasi. Ablenkst. Dass sie Zeit verlieren. Ja. Das Ablecken überlasse ich dir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020